Das Wort hat jetzt die Kollegin Diana Golze von der Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Nach dieser doch lautstarken Debatte bisher will ich mal versuchen, ein bisschen zur Sachlichkeit zurückkommen. Ich kann an dieser Stelle auch ruhig bleiben, denn im Gegensatz zu allen anderen ist Die Linke nun mal die einzige, die an keiner Stelle Hartz IV zugestimmt hat. Die Bundeskanzlerin hat aufgefordert, wer das Konzept von Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen kritisieren müsse, sagen, an welcher Stelle man etwas für falsch halte und wo man noch etwas drauflegen wolle. Diesem Wunsch will ich doch sehr gerne nachkommen. Beginnen möchte ich mit dem, was Sie als Anhebung der Regelsätze bezeichnen. Das, was Sie mit sagenhaften 5 Euro pro Monat auch noch als wohltätige Großzügigkeit verkaufen, deckt ja noch nicht einmal im Ansatz den Kaufkraftverlust, den der Regelsatz seit der letzten Erhebung, also der statistischen Erhebung 2003, erlitten hat. Es ist also kein Draufsatteln, es ist nicht einmal im Ansatz ein Ausgleich für den erlittenen Wertverlust. Doch damit nicht genug. Was Sie hier als großzügig draufpacken bezeichnen, nehmen Sie den Hartz IV-Betroffenen an anderer Stelle wieder weg. Denn gleichzeitig wird hier im Haushalt verhandelt die Streichung, also Anrechnung aber, es ist eine Streichung des Elterngeldes für junge Familien im Allg2-Bezug. Das ist ein Skandal, denn Sie sagen, Sie packen was drauf, an der anderen Stelle nehmen Sie es weg. In Wirklichkeit ist es so, dass jetzt die jungen Familien mit kleinen Kindern unter einem Jahr in Hartz IV die Bildungsgutscheine der Hartz-IV-Kinder bezahlen, die sie ihnen jetzt ausgeben wollen. Das ist keine sozial gerechte Politik, das ist Sparen bei den Ärmsten. Doch damit beginnen die Manipulationen leider erst nur. Sie, Frau Ministerin, berufen sich in Ihren Interviews und auch hier gerne auf das Verfassungsgericht und Sie beteuern, Sie hätten sich an die Vorgaben gehalten. Aber bei genauerem Hinsehen stellt man sehr schnell fest, dass Sie die Regelsätze heruntergerechnet haben. Denn Sie haben Menschen, die unterhalb des Existenzminimums leben, in die Berechnungsgrundlage eingeschlossen. Das heißt, Sie berechnen auf Grundlage von armen Menschen die Existenzgrundlage der Ärmsten. Das kann nicht die Wahrheit sein. Ich fordere Sie deshalb noch einmal auf, Frau Ministerin, machen Sie die Rohdaten und die alternativen Berechnungen öffentlich. Dann werden wir das volle Ausmaß der Manipulation sehen können. Die Regelsätze müssten nämlich deutlich höher ausfallen. Sie haben das im Ausschuss Arbeit und Soziales heute erst wieder abgelehnt. Damit zeigt also, Sie wollen wirklich keine Öffentlichkeit. Fast überzeugend, mitfühlend erklären Sie hier auch, was sich die Verkäuferinnen, der Maler und der Pförtner alles nicht leisten können. Sie bemühen althergebrachte Vorurteile. Ich höre, dass es ja nicht sein könne, dass ein Langzeiterwerbsloser mehr haben könne, als jemand, der Vollzeit arbeiten geht. Im Klartext, Sie nehmen für den Regelsatz Maß an den Menschen, die zu Hungerlöhnen arbeiten und damit nur etwas weniger arm sind, als diejenigen, die keine Erwerbsarbeit haben. Doch wer Dumpinglöhne zum Maßstab für das Lohnabstandsniveau nimmt, schafft nichts als noch größere Armut. Wer den Gering- und Normalverdiener gegen Erwerbslose ausspielt, schafft sozialen Unfrieden. Und wer zudem noch über eine Debatte um Tabak und Alkohol alte Vorurteile heraufbeschwört, verschärft die stigmatisierende Debatte der letzten Wochen. Dann wirken auch die Kritiken an Herrn Westerwelle und an Herrn Sarrazin völlig unglaubwürdig. Denn wenn Sie die Genussmitteldebatten auf dem Rücken der Ärmsten führen, gießen Sie dieses Theater der beiden Herren auch noch in Gesetzesform. Und das müssen Sie sich vorwerfen lassen. Es gibt allerdings einen Vorwurf an alle, die seit 2003 an dieser Arbeitsmarktreform mitgewirkt haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD und Grünen, zu Ihrer Kritik von heute an diesem Gesetz muss die Kritik am eigenen Tun von gestern dazugehören. Sie haben dieses Gesetz geschaffen, das das Bundesverfassungsgerecht zu Recht kassiert hat. Aber, das gehört natürlich auch dazu, Union und FDP haben munter daran mitgewirkt, diese Regelsätze verfassungswidrig auszugestalten. Meine Damen und Herren, unsere Kritik am vorgelegten Entwurf zur Neuberechnung der Regelsätze bleibt. Wer hinter verschlossenen Türen und ohne Beteiligung der Öffentlichkeit einen Regelsatz zusammenzimmert, sollte das Wort Transparenz nicht benutzen. Wer nicht bereit ist, verdeckte Armut als wachsendes Problem anzuerkennen, sondern sie stattdessen zum Berechnungsgegenstand macht, sollte nicht von einem sachgerechten Verfahren sprechen. Schaffen Sie mit gesetzlichen Mindestlöhnen eine existenzsichernde Basis für Beschäftigte, damit Sie überhaupt wieder von einem Lohnabstandsgebot sprechen können. Und sorgen Sie mit einer ehrlichen Berechnungsmethode endlich für Regelsätze, die eine wirkliche Grundsicherung darstellen. Wir werden Sie bei Ihrem Tun beobachten. Vielen Dank. Applaus